Training! Jawoll! Schöne 4-2-3! Ah, Hilfe! Ähm, okay. Tchink! 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 Ah, ist klar. Ah, ist klar. Ah, ist klar. Ich hab mal Spaß. Hehehehe. Das Training ist abgestimmt. Das war's schon. Was ist das für eine Sensity? Ich hab auf jeden Fall einen Schall-Infall drauf. Oder zuerst eine C4-Infall. Jetzt spiel ich als GG. Oh Gott! Oh Gott! Kann ich auch schießen, dass es explodiert? Nein. Doch. Jawoll. Nice, sogar Explosionseffekte. Alter, das Spiel ist doch mal laut, ey. Ich muss das- ich muss das Tutorial tatsächlich jetzt durchspielen. 60.000 Euro! Ja, schade. Hätte ich gerne auch noch nicht im Konto. So, jetzt will ich auch gerne mal mehr als 4-3 spielen. Geht das? Was ist das für ein Fall? Jaaaa. Das dauert so. Oh, nee ey, bitte. Komm, so brauche ich nicht im Menü schon fertig. Komm schon! Ah, ich hätte den Menü voll verstanden. 2 gegen 2. GG. Ach du Scheiße, ist das in Maussens. Wie kann ich... Wieso kann ich ingame... Äh... Das ist widerlich. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? 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 Wieso kann ich ingame nicht... Hilfe? Hallo? 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 Ist hier noch jemand? Hallo? 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 Darf ich mich kurz vorstellen? Hallo? 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 Ich will mich doch nur... Ich will doch nur... Ich will doch nur... Ich will doch nur ne Umarmung. Wäre mein Aim nicht... Wäre mein Maus-Sensitivity nicht bei 10.000 wäre das easy. Ich glaub das wäre tatsächlich dann easy. Aber wie soll ich denn hier bitte die Maussteuer umstellen? Das sind doch Tasten... Die habe ich doch gar nicht. Wissen was für ne... Das ist ne Querti-Tastatur. Ich hab ne Querti-Tastatur. GG. Was soll ich... W... W... Wieso krieg ich hier... Im Deutschen... Im Deutschen ne Querti-Tastatur eingestellt, wenn ich ne Querti-Tastatur habe? Moment, ich hab nen Plan. Über die Chatfunktion kannst du die Straten mit deinen Verbündungsstrichen. Kurz wie eins aus... Oder eins, 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 eins... Können hilfreich sein, ja? Merkt euch. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ist der Call. Ah. Du lässt dich doch spielen. Jetzt mach ich so... Oh Gott. Ich find dich. Ich find dich und ich fick dich. Amigo, zeig dein Köpfchen. Komm. Ich find euch und ich fick euch. Kommt ihr. Ich bin an der Rampage. Wo seid ihr? Ich hab Blut geleckt. Auch wenn ich noch kein'n vergossen habe. Das Nerven hat ihn. Nein. Ha! Haha. Jetzt hat euch ja Blut geleckt. F***ing Schlamper. Hab dich. Jetzt läuft's bei mir. Jetzt läuft's bei mir. Hab ich nicht schon abgestimmt? Hab ich. Jetzt. Ich f*** euch. F*** euch auch zwei Routen nacheinander. Ja. Zeigt euch die Spacken. Zeigt euch die Spacken. Die hat fünf Kills gemacht gerade. Geil. Hallo? Da. WTF? Sind sowas von eine Rallye jetzt. Jetzt f*** ich sie. Jetzt f*** ich sie. Ah. So kann man sprinten. Sag ich doch, ich f*** die jetzt. I'm on, I'm on fire. Ich f*** euch. Doch komm schon! Wir haben einen anderen Weg. Wir haben einen anderen Weg. Diese Runde. Das wird meine Runde! Das wird meine Runde! Das wird meine ... Wo sind die? Da, das wird ... Ups. Warum sind hier manche einfach noch schlechter als ich? Die schießt doch nicht mal! Na, hat sich einfach ihr Schicksal ergeben. Sag ich doch, das wird meine Runde. Zwei Kills. Ich hab keine Munition mehr. Nur noch das Mal erziehen. Wir haben gewonnen. Die machen wir hier unten lang. Jetzt ficken wir sie weg. No Scope! Alter. Fuck! 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 Wir können gewinnen! Wir können gewinnen! Erstmal, wir besser diese Geld ziehen. Nice! Nice! Sieht doch überhaupt nicht clunky aus. Nice! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Tot tot tot! Tot 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 tot! Noch eine Runde! Runde! Warum? Wärte, dass ihr einfach schon vorbei seid könnt? Nicht, ich bin tot! Hier noch eine letzte Mal konzentrieren. Runde mit Strom, loose meaning! GRANATE! Hab ich was getroffen? Ich bin schon wieder tot! MAN! Wir haben gewonnen! Gewonnen! All me! All me! All me! All me! Wieso hab ich 6,5... ach so Punkte... Egal! All me! All me! All me! Und ich will mal sagen... Erste Runde gewonnen, ja? Leute? Beim ersten Mal... Wahrscheinlich auch schon mal letztes Mal... Das hat mich unterhalten, ja... Aber... Ist von sehr... Glaub ich vom selben Macher wie Wolf Team... Und wer... Ein paar andere größere YouTuber als ich kenne... Im Format Wolf Team... Dazu gibts schon ne Meinung... Und diese Mal komme ich auch zum Wolf Team... Und... Das ist besser... Ich hab mich definitiv unterhalten gefühlt... Aber... Trotzdem wahrscheinlich ein Spiel... Was ich nie mehr anfassen werde... Trotzdem danke euch fürs Zuschauen... Ähm... Jetzt hab ich mir vollkommen sonst einen Account gemacht... Lückt mich nicht... Gut... Ne... Die ganze Welt hat sowieso schon mal in Ihrem Adresse... Und äh... Äh... Ja... 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 Das ist advocacy...